Liebe werdenden Eltern, da wir aufgrund der aktuellen Situation unsere Kreißsaalführung und den Elterninformationsabend nicht live und persönlich durchführen können, möchten wir Sie auf diesem Wege über unsere geburtshilfliche Abteilung informieren. Mein Name ist Dr. Gabor Heim, ich bin Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe hier am Krankenhaus St. Marien-Wörth. Was mir wichtiger scheint ist, dass Sie sich rechtzeitig für die Entbindung anmelden. Rechtzeitig bedeutet vier bis sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Die Anmeldung können Sie vorzugsweise über die Hebammenpraxis am Burgerplatz oder auch hier über den Kreißsaal durchführen. Hier wird in einem ruhigen Gespräch auf alle Aspekte, die für die Entbindung wichtig sind, eingegangen. Noch wichtiger ist, dass, falls Besonderheiten in der Schwangerschaft vorliegen, ein Bluthochdruck zum Beispiel, ein Gestationsdiabetes, also Zuckerkrankheit in der Schwangerschaft, das Kind zu klein oder zu groß geschätzt ist oder das Kind sich im Becken in Lage befindet, dass Sie in all diesen Fällen sich auch in unserer Geburtsplanungssprechstunde vorstellen. Hierzu wird natürlich in aller Regel Ihr Frauenarzt oder Frauenärztin auch einen Überweisungsschein Ihnen schon ausstellen. Für die restliche Schwangerschaft wünsche ich Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen vor allen Dingen ein einzigartiges und schönes Geburtserlebnis hier in unserer Abteilung. Wir werden Sie hierbei nach Kräften unterstützen, auch in Anwesenheit Ihres Partners.